Kennst du das, wenn dein Kind ein riesiges Schrei macht wegen nüt? Sich auf den Boden wirft und teubelt vor den Leuten? Studien sagen zwar, das sei ganz normal, aber ehrlich gesagt ist dir das egal. Luana ist am Zahnen und schreit die ganze Nacht. Der Tim hat mit dem Ketchup, wenn's Graffiti gemacht. Der Doni will nur's Mami und der Papi spritzt er an. Ich will er nicht als Superman, darf in Kinski gehen. Der Nick verdickt in Jahrgangs wie im Internet. Der Emma liegt am liebsten klar im Ehebett. Luana ist zwar noch klein, man hat einen sturen Grin. Und wenn sie nicht bald schnurren hätte...